Ich habe mal wieder was geschaut und es wird Zeit, dass ich jetzt reviewen werde. Das ist eine neue Folge von Watch and Review oder Watch Review, wenn du es ganz schlampig aussprechen willst. Ich habe Sachen auf meiner Watchlist, die ich anschaue oder ich habe Erinnerungen an irgendetwas, worüber ich reden will, wo ich meine Meinung zu sagen muss, weil es scheiße, weil es gut ist, wer weiß. Und heute reden wir über Too Hot to Handle oder wie es auf Deutsch heißt, Finger weg. Eine Reality-TV-Serie auf Netflix kam im April ganz neu raus. Ich habe sie innerhalb von zwölf Stunden, glaube ich, durchgebinged. It was a fun ride. Ich weiß nicht, kann ich hier über Spoiler reden? Ich erkläre erst mal, wir kommen später zu Spoilern. Ich erkläre erst mal, worum geht diese Reality-TV-Serie Too Hot to Handle oder Finger weg. Es geht darum, man hat, glaube ich, zwölf Single-Leute. Ich glaube, zwölf. Der Casting-Prozess ist sehr interessant, bestimmt ausgefallen. Sie haben halt extra nach Leuten gesucht, die, die, sage ich mal, sehr versext sind, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen, die sehr, sehr aktiv, ein sehr aktives Sexualleben wahrscheinlich haben. Und diese Leute wurden dann ausgewählt für diese Serie. Und wurden, ich glaube, einen Monat auf eine Insel gesteckt, in eine Villa in Mexiko, glaube ich. Australien? Ich glaube, Mexiko. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Und sind da in diese Villa gesteckt worden und leben einen Monat zusammen. Und natürlich, wenn man ganz viele versexte Singles hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da sehr viel abgeht. Aber genau das ist eben das Konzept. Sie dürfen einen Monat lang keinen körperlichen Kontakt mit den anderen Teilnehmern haben. Also zumindest keinen intimen Kontakt. Sie dürfen sich anfassen. Sie dürfen sich umarmen. Aber sie dürfen halt keinen intimen Kontakt haben, kein Küssen, keine Bad Action, kein irgendwas. Also es ist alles sehr kommunikativ darauf ausgelegt. Nämlich der Sinn dieser Serie ist, dass man versucht, entweder selbst über sich hinaus zu wachsen und Personal Growth und sowas in die Richtung. Oder eben auf die andere Art und Weise eine Beziehung mit irgendjemandem dort aufzubauen, die aber tiefer ist und tiefgründiger geht, als einfach nur oberflächlich. Wir ficken den ganzen Tag rum. Sorry für die Ausdrucksweise. Aber man will eben versuchen, dass es alles ein bisschen intimer und tiefer und persönlicher ist. Egal, ob du jetzt alleine da rausgehst oder vielleicht mit jemand anderem an deiner Seite. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Konzept tatsächlich. So, ich kann jetzt hier nicht wirklich genau weiterreden, ohne in Spoiler zu gehen. Und dementsprechend, ich spoiler einfach drauf los. Ich ranke erstmal diese Serie. Und man darf sie nicht mit sowas vergleichen, wie zum Beispiel Outer Banks, worüber wir letztens geredet haben. Oder Game of Thrones oder sonst noch was. Das ist einfach ein anderes Genre. Wir reden hier von keiner geskripteten, also ich nehme mal an, es ist keine geskriptete Serie, weil die sehr real mir rüberkam. Es ist Reality-TV. Und Reality-TV ist einfach, es ist kein Storytelling oder irgendwas. Es ist einfach, man hat eingebaute Kameras und lässt das Leben von Leuten überwachen und schneidet daraus die besten Sachen zusammen, so ungefähr. Dementsprechend, Reality-TV darf man nicht gleichsetzen mit irgendwie einer anderen Serie. Das heißt, wenn ich jetzt hier gleich meine Bepunktung abgebe, müsst ihr das im Rahmen und im Kontext eines Reality-TV-Formats betrachten. Weil in diesem Genre ist diese Serie, diese Sendung, was auch immer, extrem gut. Eins der besten Sachen, was ich in dem Bereich so bisher gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde das Format richtig ansprechend. Ich hatte sehr viel Spaß beim Anschauen. Die Leute, ich finde, das war eine 9 von 10 oder eine 8 von 10. Ich würde 9 von 10 sagen. Diese Serie ist im Rahmen, im Kontext eines Reality-TV-Formats eine 9 von 10 einfach. Ich finde, das ist extrem gut. Es ist extrem, extrem gut. Ich liebe Bachelor, ich liebe Bachelorette, alles, was mit Bachelor zu tun hat. Ich liebe das Dschungelcamp, ich liebe auch Promi Big Brother mag ich tatsächlich sehr gerne. Alle diese Formate, ich mag das echt gerne. Und ich amüsiere mich da sehr mit. Das ist nämlich einfach Reality-TV, ist einfach Kopf ausschalten. Du kannst dich hinsetzen, kannst dich amüsieren, hast Spaß damit, kannst andere Leute beobachten, wie sie dumme Scheiße machen. Kannst über die Leute lachen, kannst mit den Leuten lachen. Kannst es interessant finden, was da passiert. Du kannst mitfiebern, sonst noch was. Aber einfach auf einer anderen Art und Weise. Und ich finde, sowas ist immer, das ist immer ganz schön und sowas brauche ich ab und zu einfach. Und ich habe diese Serie empfohlen bekommen von zwei oder drei Leuten gleichzeitig gefühlt, die alle gesagt haben, du musst es anschauen, es ist super toller Trash. Und Trash hier im positiven Sinne benutzt. Weil es gibt negativen und positiven Trash. Ich würde sagen, Outer Banks, worüber wir letztens geredet haben, ist eher Richtung, auf der Skala von positiver und negativer Trash, mehr so in die Richtung des negativen Trashes, weil es kein gewollter Trash ist. Aber ein Reality-TV-Format ist automatisch gewollt, also nicht scheiße, aber gewollt trashig und gewollt cringy und sonst auch was. Weil es einfach, weil solche Leute gecastet werden dafür. Es ist absichtlich so. Und die Leute, die da ausgesucht werden und da reingesetzt werden, man setzt sie ja nicht ohne Grund da rein, sondern mit dem Hintergedanken von, wir wollen Entertainment schaffen und wollen hier keine langweiligen Leute. Dementsprechend ist es, geht automatisch mehr in die Richtung des positiven Trashes. Und es ist, also echt, ich habe die erste Folge angeschaut und ich musste so viel lachen und stoppen und nochmal mir Szenen anschauen, weil es so unterhaltsam war. Die Einführung der Leute, die Einführung der Teilnehmer am Anfang, ich musste so lachen. Also die Sprüche, die sie rausgehauen haben, das war über die ganze Staffel hinweg. Ich musste so, so viel lachen tatsächlich und keine Ahnung, auch wenn es nur acht Folgen sind, was ich echt wenig finde für so ein Format. Ich finde, man hätte das locker irgendwie auf 15 Folgen oder 20 oder sowas sogar ausstrecken können. Und es wäre noch interessant gewesen, weil ich finde, wir haben sehr komprimiert und sehr gebündelt diesen einen Monat erlebt, was ich dann teilweise ein bisschen zu schade fand, weil man viel einfach weggelassen hat, was vielleicht noch interessant gewesen wäre. Ja, das heißt, sollte es vielleicht mehr Staffeln geben, who knows, wäre natürlich ganz interessant, mehr Folgen zu machen. Aber ich, keine Ahnung, ich musste sehr viel lachen und ich habe mich sehr amüsiert und es war genau mein Humor. Es waren genau Sachen, worüber ich mich gerne lustig mache oder worüber ich gerne lachen kann und alles mögliche. Also ich hatte sehr viel Spaß mit den Leuten an sich schon, ihre Charaktere. Und ich habe echt, manche davon, dachte ich mir, oh Gott, was sind das alles für oberflächliche Arschlöcher. Aber am Ende habe ich sehr viele davon lieben gelernt, muss ich sagen. Also die sind echt, sind mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Und wir reden später auch über das Outcome, danach alles. Das Konzept, wie gesagt, hat mir sehr zugesagt, weil ich muss sagen, das ist High-Quality-Reality-TV. High-Quality-Reality-Trash, sage ich mal. Weil es ist, keine Ahnung, sowas wie der Bachelor, das ist so, der Bachelor ist einfach, natürlich verlieben sie sich ineinander, wenn sie, keine Ahnung, zwei, drei Monate gebündelt aufeinandersitzen und er das einzig männliche Wesen in ihrem Leben in der Zeit ist und sie dahin gehen mit der Hoffnung, sich zu verlieben. Natürlich verlieben sie sich vielleicht, aber danach hält es vielleicht nicht. Und das ist hier so ein bisschen anders, weil sie sind nicht mit der Einstellung hingegangen, ich möchte mich hier verlieben, ich möchte meinen Partner finden, sondern es hieß, sie haben eine tolle Zeit. Sie wussten ja alle nichts. Das war auch ganz lustig und ich glaube, das hat einen guten Effekt gehabt auf die Leute, aber wer weiß, wie krass das letztendlich auf lange Sicht sozusagen funktionieren würde, so ein Konzept mit dieser Serie, also wenn man das über mehrere Staffeln wegziehen will, whatever. Auf jeden Fall, Bachelor ist halt so, ja, keine Ahnung, es ist so oberflächlich und es funktioniert nicht viel, also es funktioniert schon und es ist interessant anzuschauen, aber da ist so, da ist kein Mehrwert oder irgendwas. Und ich muss sagen, Too Hard to Handle hat das wunderschön gemacht, weil es war Trash und Reality-TV mit einer Message sozusagen. Und die Mission dieser Serie war ja nicht, wir wollen, dass ihr hier die ganze Zeit aufeinander legt und euch abschlabbert, sondern es war mehr, wir wollen, dass ihr wirklich über euch hinauswachst und mehr über euch lernt und selbstbewusster werdet oder irgendwie sowas. Und eben von diesem Leben, was ihr davor so gelebt habt, dieses, oh ja, hier jeden Tag jemand anderes so ungefähr, dass man davon weggeht und eben auf persönlicher Ebene vielleicht versucht, jemanden kennenzulernen. Und das fand ich echt schön, weil das hat, gerade in den letzten Folgen war es nicht mehr so lustig, sondern es war einfach nur noch interessant anzusehen, was wirklich jetzt, haben die Leute, haben sie sich drauf eingelassen auf diese Veränderung, auf diese Mission, die sie hier bekommen haben oder haben sie halt einfach komplett gefailt. Das war in den letzten Folgen dann echt interessant. Die ersten Folgen waren alle noch sehr unterhaltsam und noch sehr viel, wir machen Scheiße und sind irgendwie hier lustig und die Comedy sozusagen. Aber am Ende war es mehr so, ich war interessiert an den Personen. Und das fand ich eine sehr schöne Entwicklung, weil damit habe ich auch nicht gerechnet, dass es mir als Zuschauer so gehen wird, dass ich am Ende echt mitfieber und mir denke, oh mein Gott, die Leute, ja, ich freue mich für sie und sonst noch was. Weil, keine Ahnung, bei so Formaten wie Bachelor und Love Island und Temptation Island und sonst noch was, das ist alles irgendwie, wobei Temptation Island ist wieder was anderes, da geht es um sich trennen. Aber letztendlich war es einfach, es war eine schöne Erfahrung, da so durchzugehen als Zuschauer, auch durch diese verschiedenen Emotionen und mit den Bindungen zu den Teilnehmern der Sendung. Fand ich sehr schön, fand ich echt interessant. So, reden wir kurz über die Leute. Also, es gibt Leute, die waren wichtig und es gab Leute, die waren unwichtig und sind mir nicht aufgefallen. Es ist schon wieder eine Woche her, dass ich die Serie, glaube ich, geschaut habe. Ist es eine Woche her? Schon länger als eine Woche tatsächlich. Dass ich die Sendung geschaut habe. Für mich stechen einfach am meisten heraus, ähm, Francesca, Harry. Dann gab es noch Jesus natürlich, der aber freiwillig gegangen ist, da war ich echt überrascht. Aber Jesus, Jesus war so ein anderes Thema. Ich fand es lustig, dass ihn alle Jesus genannt haben, weil er ist ins Bild gekommen und ich dachte mir, alter, er sieht aus wie Jesus, er ist Jesus. What? Und auf einmal haben sie alle angefangen, ihn Jesus zu nennen und sonst noch was. Und ich musste mir so den Arsch ablachen, das war so lustig. Und was er auch für eine Scheiße gelabert hat und sein spirituell angehauchtes Irgendwas. Diese, oh, es war, es war pures Comedy, es war toll. Ähm, also Harry, Francesca, Jesus, das sind so die Leute, die mir im Kopf geblieben sind. Ansonsten gab es noch, äh, Sharon, 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 wie spricht man hier aus? Sharon, Sharon, Sharon und Rhonda. Ähm, dann gab es auch noch David und, äh, oh, Chloe. Chloe, wir dürfen Chloe nicht vergessen. Chloe war eine Nette. Chloe war, äh, weh, weh. Chloe war echt eine Nette. Die war mir sehr sympathisch, die war so ein bisschen Kuckuck im Kopf, sag ich mal. Hat mir, hab ich sehr sympathisiert mit ihr, muss ich sagen. Ansonsten, ähm, gab es viele Leute, die sahen, also natürlich sehen alle da gut aus, ne? Also, das ist halt einfach, letztendlich geht es darum, sehen sie nur gut aus oder ist da noch mehr dahinter? So, und dann gab es halt einfach viele von diesen Leuten, die waren halt anwesend, aber irgendwie, so, also dieser Corey. Corey war, also, der kam da an, ich dachte mir so, wird, also, ich kann mir nicht vorstellen, ich, ich hab sofort gewusst, was das für ein Typ von Mensch ist und ich dachte mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier wirklich rausgeht mit Personal Growth oder da wirklich irgendwie mit einer Beziehung rausgeht. Ähm, und surprise, es war nicht so. Corey ist rausgeflogen, weil er sich kein bisschen darauf eingelassen hat. Und, ich weiß nicht, es gab Leute, bei denen konnte man von Anfang an sehen, das wird nichts. Auch diese Blonde, diese... Hä, ähm... Wie hieß sie? Ashley? Nee. Hä? Ha? Meine Güte, wie hieß sie denn? Ha? 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 Hä? 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 Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, die, die hat sich auch auf gar nichts eingelassen, sag ich mal. Und, Hayley, so hieß sie, die hat sich auf gar nichts eingelassen, die Blonde. Die ist auch die erste, die als, äh, die als erstes rausgeflogen ist. Und, das fand ich auch irgendwie cool, dass es hier nicht so drum ging, wir versuchen, einen Gewinner zu finden oder irgendwas, sondern, es sind nur Leute rausgeflogen, wenn sie sich dem Konzept der Sendung, sozusagen, sich dagegen gesträubt haben. Und, das war nicht gut. Es war nicht so das, oh, und, wie bei Love Island zum Beispiel, das find ich trashig. Wer kein Couple bildet, der fällt raus. Was ist denn das für eine Message? Hallo? Hä? Dass du alleine, wenn du Single bist, nicht überleben wirst? Och, wie schön, danke. Also, irgendwie, keine Ahnung. Das war hier so das Positive, dass man nicht einen Couple am Ende rausgesucht hat oder eine Person, die die Challenge am besten gemeistert hat oder sonst auch was, sondern, es war offen eigentlich ziemlich. Also, es hätten am Ende auch noch alle drin sein können, wenn sich alle dem Konzept hingegeben hätten und es wirklich versucht haben. Dementsprechend, das fand ich, das fand ich echt cool. Und, klar, es gab die ganze Zeit immer diese 100.000 Euro und wir ziehen Geld ab und sonst noch was. Das war echt, es war spannend. Und, ich hatte zwischendrin auch den Gedanken, ich glaube, es war in der ersten oder zweiten Folge, als Francesca und Hayley zusammen rumgemacht haben, da dachte ich mir echt, eigentlich, es ist, ich glaube, ich könnte selbst diese Person sein, die sagt, komm, ich verspiele einfach das ganze Geld einfach, um die anderen zu nerven so ein bisschen, was absolut asozial ist. Aber ich hatte auch diesen Gedanken kurzzeitig und dachte mir so, irgendwie ist es auch ganz lustig, wenn man so damit spielt. Klar, es ist viel Geld am Ende, aber, ja. Die Chance, dass man das Geld zurückspielen konnte in der letzten Folge oder vorletzten Folge, fand ich nicht so toll, weil das ist so dieses, ja, ihr habt all diese Scheiße gebaut, aber ihr könnt es nochmal gut machen, wenn ihr eine Nacht widersteht, sozusagen. Ich weiß es nicht, das fand ich, fand ich ein bisschen dumm, weil dann alles, was sie halt davor gemacht haben, wurde halt einfach so, pö, unter den Teppich gekehrt, sozusagen. Fand ich ein bisschen schade, hätte ich weggelassen an der Stelle, aber man kann, das ist toll an dem Konzept, man kann es tatsächlich, also so wie es in Staffel 1 ist, könnte man nie wieder eine zweite Staffel machen. Weil die Leute wissen jetzt, oh, ich gehe da hin, darf keinen intimen Kontakt haben, es geht um Personal Growth, sonst sowas. Das würde das Konzept der Sendung noch nicht ruinieren, aber zum Beispiel so Sachen wie, ihr könnt euch das Geld wieder zurückspielen oder wir schicken Leute raus, die, ähm, die sich nicht drauf einlassen. Oder, das Geld kriegt jeder, es wird aufgeteilt unter allen Leuten. Solche Sachen, äh, die müsste man tatsächlich abändern, um in die Zukunft gehen zu können mit der Serie, Sendung, was ich eigentlich cool fände, wenn jede Staffel irgendwie eine neue Challenge kommt oder eine neue Sache irgendwie dazukommt. Irgendwas, was es komplizierter macht oder irgendwie, dass das Geld nicht unter allen aufgeteilt wird, zum Beispiel in der nächsten Staffel. Irgendwelche, einfach so Sachen, die halt, die nicht gleich sind. Und dann wäre die, eine neue Staffel schon wieder ein bisschen anders und individueller und dann hätte jede Staffel sowas eigenes. Das fände ich cool. Ich hoffe wirklich, es gibt eine neue Staffel, weil es war echt interessant und ich hatte echt mehr Spaß mit der, mit so einem Reality-TV, als ich mit vielen anderen Reality-TV Spaß habe. Wobei ich da auch schon immer sehr viel Spaß habe, muss ich sagen. Keine Ahnung, es waren einfach, es war, es kam mir echt realer vor, muss ich sagen, weil, vielleicht erstens, weil es ein langer Zeitraum ist, ein Monat, ich weiß nicht. Wobei Bachelor ist auch schon lang, ne. Aber keine Ahnung, es ist nicht so, es gibt auch viele Sachen, die sind so gebündelt kurz aufeinander. Ich finde, ein Monat da zu sitzen und vor allem ein Monat für die Leute ist ein Monat kein intimer Kontakt echt hart. Dementsprechend ist das, ist der Kontrast da größer und es war, es war interessant anzusehen, was das mit den Leuten macht. Chloe, wie gesagt, war eine sehr sympathische, muss ich gerade dran denken. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass Harry und Francesca, dass die sich wirklich zusammenreißen und das echt auch am Ende noch geschafft haben. Dieser Lügenmoment am Anfang, wo Harry die Schuld auf Francesca geschoben hat, da dachte ich mir, was machst du eigentlich, was, hä, hä, was? Weil er weiß doch, dass er lügt, das ist doch so dumm und letztendlich macht es doch keinen Unterschied, wer initiiert hat. Am Ende habt ihr beide Scheiße gebaut. Also, keine Ahnung, das fand ich komisch, aber ich dachte mir am Anfang, was ist Harry denn für ein komischer, dummer Typ? Typ, aber letztendlich habe ich ihn richtig gerne gemocht und auch Francesca, sie sah aus wie Kim Kardashian irgendwie so ein bisschen. Ich musste sehr an Kim Kardashian die ganze Zeit denken, aber ich dachte mir auch so, boah, ist das so eine, ne? Aber es ist so krass, mit was für Vorurteilen man da reingeht und dann am Ende sich so denkt, stimmt ja gar nicht. Und sie sind immer noch zusammen, das ist das Krasse, ein Jahr danach, sie haben im April 2019 gedreht und sie sind jetzt immer noch zusammen. Und das ist, ich habe mir diese Instagram-Videos davon angeschaut, diese IGTVs, wo sie Zusammenschnitte aus diesem ein Jahr gemacht haben und es ist so süß, es ist Zucker. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass die, dass die ein Monat danach noch zusammen sind, geschweige denn ein Jahr. Und jetzt sind sie einfach zusammen und dann stattdessen, nicht stattdessen, im Gegenteil dazu, Ronda und Sharon, wo man eigentlich dachte, oh mein Gott, bestes Couple ever. Aber, das wird, das wird ewig halten. Ja, stellt sich heraus, sie haben sich seit der Sendung nicht mehr gesehen. Ähm, sie haben sich ein Jahr nicht mehr gesehen, ähm, weil irgendwie immer was dazwischen kam und es, keine Ahnung, so, hier, dies, das, ging nicht wirklich. Aber sobald man sich sieht, will man natürlich da weitermachen, wo man aufgehört hat, sozusagen. Ach, ein Scheiß, ein Scheiß, also sorry, kannst mir nicht erzählen, wenn ihr euch ein Jahr nicht gesehen habt, dann seht ihr euch auch die nächsten zwei Jahre nicht. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man das in einem Jahr nicht gebacken kriegt, sich zu sehen, vor allem nach so einer Chance, die man da bekommen hat, dann finde ich, dann habt ihr es auch nicht verdient, zusammen zu sein. Und dann lasst bitte den Thron einfach an Harry und Francesca übrig und bleibt einfach draußen. Ähm, und Harry und Francesca, wie gesagt, das hat mir gezeigt, oh, diese Sendung hat tatsächlich gut funktioniert, weil ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so wäre, hätten sie da einfach rumvögeln können, wie sie wollen. Dementsprechend, für mich hat die Sendung schon, hat, äh, hat gezeigt, es funktioniert und hat einen positiven Effekt auf manche Leute. Und dann gibt's halt so, so Leute, die halt auch einfach, ja, Corey, ne, Corey und diese andere, wie hieß sie denn, die da halt noch dazugekommen ist, ne, die hat sich auch nicht wirklich drauf eingelassen. Apropos dazukommen, ich muss sagen, ich find, es war so ein bisschen spät, dass die neun Leute dazugekommen sind. Ich glaub, das war auf, also so in der Mitte der Staffel, äh, ich find, man hätte die früher reinwerfen sollen. Klar, es war nochmal so ein Test eigentlich für die bestehenden Mitglieder und jetzt nicht für die neuen, dass sie nochmal hier anfangen, das so mitzumachen. Aber selbst für die wäre ja die Chance viel kleiner gewesen, dass man da genau dasselbe erreicht, wie, äh, die Leute, die schon zwei Wochen länger drin sind oder sowas. Also ich find, ich hätt die vielleicht so nach einer Woche oder sowas reingeworfen und nicht erst nach zwei oder so, keine Ahnung. Oder man könnte den Zeitraum auch natürlich noch länger strecken. Who knows, who knows. Ähm, genau. Ansonsten, ich fand's cool, dass es immer wieder diese kleinen Herausforderungen gab, so zum Beispiel die Private Suite oder sowas. Da dachte ich mir schon echt, oh, das ist, das ist, es ist lustig, weil man kann dann immer so mitspielen so und oh, schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Was glaubst du? So in die Richtung. Also ich hab da echt immer so ein bisschen mitgeraten und war mir nie so sicher, werden die das schaffen. Nein, nie im Leben schaffen die das. Es gab so ein paar What-the-Fuck-Moments, wo ich mir so dachte, hä, was ist denn jetzt los? Als Corey zum Beispiel Francesca auf ein Date gebeten hat. Was? Was? Davor ist er noch all over Chloe und dann lässt er Chloe da einfach so sitzen und nimmt Francesca auf ein Date, die eigentlich schon in der Beziehung mit Harry ist. Da dachte ich mir, Alter, was bist du denn jetzt? Jetzt bist du noch unsympathischer geworden, du Typ, einfach. Richtig, 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 richtig schlimm. Und dann gab es, äh, was, ja, hm, hm, also diese, diese grünen leuchtenden Armbänder dann, immer wenn sie eine Deep Emotional Connection gemacht haben sozusagen, kam mir vor wie ein Videospiel. So, oh, bling, du hast ein Achievement freigeschalten, hier hast du 10 Sekunden freie Zeit, so ungefähr irgendwie. Fand ich ein bisschen komisch, aber der Hintergedanke ist wiederum süß, ne, das ist so, man muss dafür arbeiten, dass man hier mal so die Regelbrechende, also nicht, dann ist es nicht mehr Regelbrechende, aber man muss dafür arbeiten, dass man dieses grüne Licht bekommt. Fand ich einen coolen Gedanken, aber ich fand es mit diesem Aufblinken, fand ich es irgendwie, ich weiß nicht, es kam mir, kam mir ein bisschen komisch vor. Aber apropos Technik, Lana, wir reden über Lana, Lana war die Kommunikationsstimme mit den Teilnehmern, die sich ein bisschen angehört hat, wie Siri, gemischt, also vom Aussehen irgendwie. Ich musste an Ashley O., an die Black Mirror-Folge denken, mit dieser Puppe, ich weiß nicht, musste ich ein paar Mal dran denken, wegen, wie sie spricht und auch mit dem rosa Leuchten und sonst noch was. Ich fand es ganz cool, dass es so ein, so ein Überwachungsding sozusagen war und Lana halt alles gesehen hat und Lana hat immer mit ihnen geredet und fand ich eigentlich ganz cool. Dann hatte man gleichzeitig aber auch noch die Moderatorin oder irgendwas, die halt drüber, das Voice-Over, die drüber gesprochen hat. Was ich auch cool fand, aber ich finde, es war immer so ein bisschen, es war zu viel auf einmal, finde ich. Man hat Lana, die ja, ich sag jetzt mal In-Universe, auch wenn alles Reality ist, aber In-Universe mit den Teilnehmern spricht und dann hat man aber das Voice-Over, was wiederum auf alles reagiert, was dort passiert. Und irgendwie mit Lana, also das war so, es war ein bisschen viel geschichtet. Vielleicht hätte man entweder das Voice-Over auch von Lana zum Beispiel hätte machen können, dass Lana aus der Ich-Person redet, aus der Ich-Perspektive sozusagen über das Geschehene redet. Hätte ich interessant gefunden, aber es hat mich jetzt nicht gestört, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es ein bisschen vielschichtig alles auf einmal, was da so passiert ist. Aber das Voice-Over war super lustig, hat teilweise super tolle One-Liner rausgehauen, wo ich sehr viel lachen musste und es war echt gut. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich eine Reality-Serie in Englisch geschaut habe, sonst schaue ich einfach alles nur, was in Deutschland halt so auf RTL, Sat.1, Pro7 läuft, so ungefähr, an Reality-TV. Aber das war das erste Mal in Englisch und ich fand es echt gut. Ich weiß nicht, ob ich, also ich habe es nicht irgendwie anders erwartet, weil Reality-TV ist Reality-TV am Ende, aber es kann ja trotzdem sein, dass es irgendwie auf Englisch ein bisschen weirder ist oder sowas. Und man merkt einfach, so der Humor ist irgendwie anders, finde ich, zwischen, was so wir bei uns in Deutschland im Fernsehen haben und wie sich da auch die Leute verhalten. Vielleicht lag es auch einfach an der Art von Sendung, aber so wie auch moderiert wird und kommentiert wird, finde ich. Man hat so ein paar Unterschiede gemerkt, was ich ganz interessant fand, aber letztendlich, es war super toll. Ich hatte richtig viel Spaß mit der Serie und es ist einfach, es ist eine 9 von 10 für ein Reality-TV-Format. Und das ist einfach, das muss man erstmal schaffen, dass man so ein gutes Reality-TV, also ich weiß nicht, ich war richtig fasziniert davon. Und ich hoffe, dass es da mehrere Staffeln von geben wird, die sich halt irgendwie so immer ein bisschen steigern oder immer ein bisschen was anderes haben, weil ich finde, das ist ein Konzept, das hat, das hat einen Mehrwert tatsächlich. Es ist nicht einfach nur billig, wir setzen euch da zusammen und wollen, dass ihr übereinander herfallen, sondern es ist, es hat einen Mehrwert, es hat einen Hintergedanken, es hat eine Message. Und das finde ich gut und das war auch mal ein different Approach, sag ich mal, an so eine Reality-TV-Serie und nicht immer so dasselbe und nicht einfach nur, ja, letztendlich, es ist einfach nur zur Unterhaltung. Es war zur Unterhaltung da, aber die Teilnehmer haben wirklich was draus mitgenommen. Und dass es auch nicht darum ging, wir wollen am Ende ein Couple haben, sondern dass auch Leute alleine da rausgegangen sind und alleine, ja, einfach für sich die Erfahrung gemacht haben, ohne dass sie halt am Ende als Couple da rausgehen. Und wie sich herausstellt, haben wir einen Couple. Puh, wow, also es ist keine Dating-Show, aber es basiert, sag ich mal, darauf. Und es macht sich auf eine gewisse Art und Weise, ist es ja auch so eine Parodie, würde ich mal vielleicht sagen, auf diese ganzen Dating-Shows, auf so Sachen wie Love Island, Bachelor, irgendwie so in die Richtung, weil es ja, es nimmt ja Aspekte davon und packt sie zusammen. Aber trotzdem macht es am Ende besser und strebt da so drüber hinaus. Und dann habe ich nachgeschaut, was es noch für Netflix-Reality-Serien gibt und ich war fasziniert. Ich wusste nicht, dass Netflix so viel hat. Ich habe schon von Love is Blind gehört, aber das habe ich mir mal angeschaut, so ein paar Ausschnitte und so was, das hat mich gar nicht interessiert, finde ich extrem weird. Nein, I don't care, aber es gibt so viele andere Sachen und ich glaube, ich werde mal in die Netflix-Reality-World reintauchen und da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Hatte tolle Sprüche, hatte tolle Sätze, die Leute waren da drin, iconic, ich liebe es. Es gab so eine tolle Konversation von Jesus und so einem Typen, dessen Namen ich nicht mehr weiß, war unwichtig, der Typ, der ist richtig unwichtig gewesen irgendwie. Auf jeden Fall, irgendwie so, ja, kannst du dir was Längeres vorstellen oder sonst noch was? Und dann sagt Jesus so, ja, ich weiß nicht mal, ob ich an Hochzeit und Heirat wirklich glaube und sowas brauche. Vor allem, dass Jesus das sagt. Und dann der andere so, ja, also mit längere, was in die Zukunft, meine ich eigentlich so vier Wochen, er so, oh, ja, weiß ich nicht. Es ist, also, hm, es gab, sorry, war jetzt nicht so gut, war jetzt nicht so gut, ich weiß nicht mehr genau die Line. Es war aber, es war sehr unterhaltsam. Und die besten Sachen waren, glaube ich, echt in den ersten Folgen, weil da noch alles viel wilder war und noch nicht so spirituell. Also nicht spirituell, aber so. Die Workshops, muss ich sagen, fand ich, sie waren interessant anzuschauen, aber ab und zu fand ich sie echt zu lang. Ich habe einen Workshop, habe ich, glaube ich, komplett geskippt. Das war das, wo sie sich mit Schlamm einreiben. Das hat mich absolut nicht interessiert irgendwie. Das war so, ja, okay, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Aber grundsätzlich, die Idee davon ist toll. Ich finde, man kann das Format gerne mehr als acht Folgen oder so, wie auch immer viele es sind, kann man gerne länger machen. Das Potenzial dafür ist da. Einfach mehr von diesen vier Wochen zeigen. Und dann ist das, dann ist das schon, ist, ist prime, sage ich mal. Es ist richtig, richtig Prime-Reality-TV. I love it. Ich empfehle es sehr weiter. Und schreibt mal vielleicht eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Mich würde es sehr interessieren. Und ja, genau, das war meine Review zu Too Hot to Handle. Finger weg auf Deutsch. Und ich weiß nicht, ich glaube, Finger weg ist der bessere Titel, aber Finger weg hört sich irgendwie langweiliger an als Too Hot to Handle, whatever. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, abonnieren, teilen, liken und tschüssi.